Kleine Feierabendrunde heute, das Wetter ist ziemlich wechselhaft zwischen Sonnenschein und Dunkel und ehemals schon mal kurz geregnet. Bin mal gespannt was heute noch jetzt noch kommt. Aber kleine Tour zwischen Ingelheim und Bing, jetzt auf dem Rückweg unten den Rheinradweg lang, schön mit leichtem Rückenwind, so schräg von hinten kommt der gerade, ja das läuft schon ganz gut. So, so schräg von hinten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020